Hallo, ich bin Sandra Fiewich. Ich bin 22 Jahre alt. Ich freue mich hier auf Good Easing reiten zu dürfen. Das Wetter ist wunderschön. Ich bin heute mit Weraton an den Start gegangen. Mit ihm wurde ich dieses Jahr auch schon Zweite bei den Bayerischen Meisterschaften. Das ist auch der größte Erfolg in diesem Jahr für mich gewesen.